Hallo und herzlich willkommen zurück zu Merchandise 2013 mit mir, Mac Manious. So, wir machen natürlich in der Kampagne weiter und das dürfte unser letzter Auftrag sein, Athen brennt. So, davor hat man ja, Lawine zerstört und Sprog mit unglaublichen 100% gemacht, Moment. Da habe ich mir eben mal auf die Schulter geklopft, das muss nämlich auch mal sein, so. Und wir starten einfach mal die Mission und schauen uns, was uns in Athen erwartet. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nach einer Menge Brand aus. Nach einer langen Hitze- und Dürreperiode bedroht nun ein Waldbrand auf dem Akropolis-Hügel von Athen die Stadt und ihre Bewohner. Bringen Sie die Brände unter Kontrolle und löschen Sie sie. Retten Sie Stadtbewohner und Touristen. Aha, okay. Also, wir sollen Stadtbewohner, Touristen retten und die Brände unter Kontrolle bringen. Das ist wohl der Akropolis hier. So, mal ganz genau aufpassen, ob wir schon irgendwelche Sachen entdecken können, was wir machen müssen. So, ja. Aha, okay. Hier haben wir schon mal reichlich Menschen. Ach, du grüne Neune. Ja, die sehen aber alle noch ganz fit aus. Und hier brennt der Wald. Na, ist ja präkend. Oh, hier liegen welche. Hier liegt auch noch einer. Die soll man wahrscheinlich abtransportieren. Hoffentlich haben wir einen Werkungshelikopter. So, hier haben wir noch eine Menschengruppe. Hier sind auch noch welche, die flüchten vor den Bränden. Ja, und hier kommen schon die Häuser. Na, ach, du Scheiße. Na, das wird ja ganz lustig. So, was haben wir denn hier alles? So, wir haben reichlich Hubschrauber. Wir haben das und das und das und das. Okay, okay. Sollten Sie Ihr Löschflugzeug einsetzen. Mit dem Löschflugzeug Kommandofahrzeug können Sie ein Ziel für das Löschflugzeug bestimmen. Ah, okay. Einfach das Kommandofahrzeug auswählen und dann mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken, das gelöscht werden soll. Aber Achtung. Das Löschwasser vom Fahrzeug kann Personen verletzen. Aha, okay, okay. Okay. So, Moment mal. Polizeihubschrauber. Jetzt machen wir erst mal ganz kurz eins. Hier waren irgendwo Leute. Wo sind... Irgendwo waren hier Leute. Ach, hier. Hier, 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 hier. So, die tun wir erst mal ganz schnell. Ich gucke mal, ob ich das mit dem Hubschrauber hinkriege. Der kann erst mal landen. Die haben wir jetzt mal ganz schnell mit Kettensägen hier ausgerüstet. Weil ich habe nämlich mal eine Idee. So, das Feuer kann ja eigentlich nur hier durch diese Schneisen. Ne, die haben wir nicht mit Kettensägen ausgerüstet. Na, ist jetzt egal. Die hat man mit Kettensägen ausgerüstet. Achtung. Die Waldbrände nähern sich dem Stadt an. So, okay. Wir haben hier... ...das Kommandofahrzeug. Okay, rechtsklick drauf. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Und dann können wir das erst mal hier losschicken. So, schauen wir mal, ob das auch was macht. Ah, da ist alles klar. So, die Brände sind erst mal gelöscht. Hier kommen meine Kettensägen. So, und jetzt machen wir hier mal ein richtig schönes Kettensägen-Massacker. Und zwar tun wir mal hier in den Schneisen, habe ich mir so überlegt, auf die Schnelle, mal schnell alles abholzen. Weil das ist jetzt das Einzige, was mir mal einfällt, wie wir eventuell die Brände etwas eindämmen könnten. So, okay, okay, okay. Hier steht jetzt noch einer blöd rum. Der kann sich schon mal einen Schlauch schnappen. Das Fahrzeug und das Fahrzeug ist leer. Und die können auch ohne Besatzung löschen. So. Die, lass mal aussteigen. Die können sich nämlich auch schon mal einen Schlauch schnappen. Du sollst dir einen Schlauch schnappen. So, wo sind die Brände am nächsten? Wo sind die Brände am nächsten? Hier müssen wir eurem Not. Ach so, Moment, 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 Moment. Oh, 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 oh. Den Hubschrauber müssen wir erst mal hier wegbringen. So, ganz schnell Megafon. So, die Leute hier schnell einsammeln. Oh, oh, jetzt wird es knapp. So, warte mal. Das Löschfahrzeug ist wieder einsatzbereit, hieß es gerade eben. So, dann machen wir das doch mal schnell hier. So, hier haben wir eine Schneise reingeschlagen. Das Problem ist nur, wir müssen die Holzstämme abtransportieren. Ansonsten ist das blöd. So, das machen wir hier mal ein bisschen größer. Der mit der Kettensäge kann schon mal wieder hier runter. Der mit der Kettensäge kann auch schon mal wieder hier runter. Ne, können die nicht. Die können so einen Baumstamm hier noch mitnehmen. Ne, brauchen sie nicht. Die sind doch auch da. Ach, Mann, Kacke. So, der kann abtransportiert werden. Okay, haben wir jetzt alle Baumstämme? Ja. Du mit der Kettensäge kannst auch hier runter. Und ihr schafft jetzt mal die Baumstämme weg. Okay, und die Baumstämme schaffen wir jetzt einfach mal hier hin. Ist scheißegal. So, ach, scheiße, den Polizisten habe ich schon wieder vergessen. Wo sind die Menschen, Traube? So, mal gucken, dass wir die einfach mal hier runter bringen. Den Bergungshelikopter schicken wir auch schon mal los. Oh, wo sind denn jetzt hier welche? Hier liegt einer. Wo ist der? Oh, schattert doch den Bergungshelikopter angewählt. Hallo. Ja, was gibt's? So eine blöde Frage. Was gibt's? Der kann schon mal aussteigen. Löschwasserflugzeug ist auch schon wieder fertig. Und hier kommen wir schon gefährlich nah an die Häuser. So, okay. Kettensägenmassaker geht weiter. Hier ist die nächste Schneise. Da müssen wir vielleicht auch erstmal dann ablöschen. So, Moment. Keine Kettensäge. Keine Kettensäge. Keine Kettensäge. Ach, die haben jetzt alle doch Kettensäge. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Keine Kettensäge. Keine Kettensäge. Keine Kettensäge. Wo denn? Wo denn? Oh, die Gebäude schützen. Wir kühlen die Gebäude. Natürlich kühlen wir die Gebäude. So, warte mal. Ich hatte welche mit Schläuchen ausgerüstet. Okay, die drei Mann müssen wir jetzt erstmal irgendwie zum Einsatz bringen. Hier ist noch einer. Moment. Wenn das nämlich jetzt hier schon angekommen ist, dann müssen wir uns wahrscheinlich doch erstmal um die Gebäude kümmern. Die laufen jetzt einfach mal hier hin. Wo sind meine Kettensägenkunden? Abholzen. 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 Das Flugzeug ist auch fertig. Sehr gut. Dann können wir hier das erstmal ganz kurz noch ein bisschen eindämmen. Ihr müsst auch mitkommen. So, einmal hier hin, Jungs. Die Bäume haben wir schon mal alle weggehauen. Den Baum haben wir noch weg. Der sieht mir noch gefährlich aus. Der sieht noch gut aus. Und den haben wir noch weg. So, dann des Weiteren. Der einmal Löschlauf. Rettungshelikopter. Boah, Alter. Das ist schon wieder... Dieses Spiel, das macht mich einfach nur fertig. So, Notarzt. Hier einmal hier hin. Notarztchen. Oh, warum ist denn die scheiß Musik nur so laut? Hier auch raussteigen, bitte. So. Genau, der lässt den schon mal ab. Oh, 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 oh. Hier wird es langsam kritisch. Hier wird es langsam kritisch. Wo sind... Das Gebäude kühlen. Das Gebäude kühlen. Das Gebäude kühlen. Das Gebäude kühlen. So, wo sind meine... Meine Fuzzis? Wir müssen... Das abtransportieren. So. Okay. Meine Kettensägen. Mans, die machen mal weiter hier. Okay, 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 okay. So. Und die Baumstämme wegschaffen. Wo schaffen wir die Baumstämme hin? Oh, scheiße, ich habe keinen Plan. Einfach hier auf die Straße. Komm, ist doch scheißegal. So. Ja, nächste Schneise. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Gebäude werden gekühlt. Das wird gekühlt. Das wird gekühlt. Okay, Spitze. Hier haben wir noch einen mit einem Schlauch. Warte mal. Wo ist das nächste Gebäude? Hier ist... Ach komm, das tun wir einfach mal spaßenshalber auch mitkühlen. Löschflugzeug. So, welche Boos? Die nächste Schneise. Hier ist die nächste Schneise. Ach, eine Scheiße. Wegmachen. 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 Und den auch wegmachen. So, haben die jetzt die Bäume hier rausgezerrt? Ja. Du legst den Baum jetzt hier ab. Mann, verdammt nochmal. Mitkommen. So, die nächste Schneise. Was ist denn das? Wo haben wir denn da jetzt mit seiner Kettensäge hin? Ach, der muss außen rum. Oh, Alter. So, Moment mal. Wir müssen hier. Den Baum machen wir noch weg. Den Baum machen wir noch weg. Und dann geht's weiter. Oh, hier brennt schon alles. Das bringt keine Punkte mehr. So, komm, machen wir den noch weg. Ihr schnappt euch den. 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 Was ist denn jetzt? Kann mal einer... Ist hier mal irgendeiner mit der Kettensäge noch am Start? Mach mal den Baum. Wer hat denn jetzt den Baum gefällt hier? Ja. Jetzt hängen hier dreier dran. Ne, glaube ich jetzt nicht. Was machen denn die? Ach, komm, schafft jetzt die Bäume hier raus, wenn gut ist. Muss jetzt erstmal meine Leute alle in Sicherheit bringen. So, okay. Natürlich nicht die, die die löschen. So, Moment. Löschdingsbums ist auch schon wieder. Oh, hier drüben. Das brennt mal richtig der. Das brennt mal richtig der. Aber die Häuser sind eigentlich im Sicherheit. Okay, wir brauchen jetzt mal Schläuche. Schlauch. Schlauch. Hier kommt auch noch ein Baumstamm. Herrlich. Eine Messe. So, ah, scheißen Dreck der Rettungshubschrauber. Wir müssen die Leute rausholen. Mensch, warum sagt mir das keiner? Wir müssen doch die Leute rausholen. Der ist ja sogar schon wieder fit hier. Oh, Mensch. So, wir haben einen Intensivtransportwagen. Okay, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall auf die Leute konzentrieren. Die Häuser sind ja so... Der kühlt mal das bitte. Oh, 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 oh. Das könnte klappen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Was ist denn... Hallo. Das Löschmachzeug hat Wasser geladen und es geht jetzt wieder Einsatz. Nimm den Baumstamm mit, verdammt noch mal. Schlauch. Löschfahrzeug. Jetzt tun wir erstmal den Feuermann hier außer und Gefahrenbereich bringen und machen das erstmal. Aus das Feuer. Okay. Der hat wieder geladen. Und einmal hier abliefern, bitte. Ich kann ja leider mit nichts anderen zur Hilfe eilen. Das ist ja das große Problem an der Sache. Oder liegen die Leute jetzt mit... Oh, da oben. Da könnte man mit dem Hubschrauber hin. Notarzt. Trage. Und da fliegt man mit dem Hubschrauber hoch. So, zu den Zweien fliegen wir mit dem Hubschrauber. Wo sind jetzt noch welche? Hier ist auch noch einer. Das ist eigentlich egal. Da kommen wir fast überall hin mit dem Hubschrauber. So, hier einmal landen. Komm, die holen wir so ab. Die Gebäude, das ist alles easy. Dem Feuerwehrmann geht es auch gut. Hier ist auch alles easy. Ich meine gut, die Bäume im Endeffekt, wenn wir die Gebäude kühlen, die Bäume brennen halt eben ab. Mehr dürfte ja nicht passieren. Die brennen halt ab. Und ja, das war's. So, hier haben wir den ganzen Trupp. Okay. Aber hier, das hat richtig geil geklappt mit unserer Schneise. Guckt mal. So, mal gucken wir das Fleisch komplett gelöscht kriegen hier. Da ist nämlich hier drüben die Ecke schon mal fertig. Jawoll. Oh, der eine. Scheiße. Der eine. So, okay. Du, mein Guder, fährst mal hier raus. Hubschrauber ist gelandet. Hubschrauber. Und auf geht's. So, Rettungshubschrauber hat wieder einen drin. Okay. Trage. Okay. Der ist auch fertig. Und einmal hier rein. Da ist jetzt schon einer drin. So, einmal abliefern. Guter Lady geht's noch nicht so gut. So, komm, wir wollen gleich den nächsten holen. Oder wir machen erst mal hier. Liegt ja auch nur noch einer. Dass wir die erst mal abtransportieren. So, ihr alle aussteigen. Und Brandbekämpfung, würde ich mal sagen. Oh, das Haus. Ne, brennt das Haus. Ne, das Haus brennt nicht. Es brennt logisch tatsächlich nur die Bäume. So, Löschflugzeug ist auch wieder einsatzbereit. Das einmal löschen. Okay. Der hat den eingeladen. Und einmal hier abladen, bitte. Ja. Die ist auch noch nicht fertig. Wird ausgeführt. Höre. Wird gemacht. Und einmal wegfliegen. Jawohl. So klappt's doch. Das war doch was. Das war doch was. Das war doch was. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei der Sache. So, die Feuerwehrleute sollen jetzt einfach mal mit ihren Schläuchen hier rüber. Und hier rüber. Nein, mit euren Schläuchen, Leute. Ihr sollt das scheiß Feuer hier löschen. Die hauen schon ab hier. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt an. Das ist noch nicht wieder fertig. Leider, 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 leider. So, wir müssen auf jeden Fall hier die Leute noch retten. Hier kommt der Hubschrauber schon wieder. Okay. Okay, 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 okay. Das Feuerwehrzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder ein und ein. Hier bitte landen beim Notarzt. Und wir müssen mal... Ja, der Kremte hier... Hallo. Das Flugzeug. Dass wir zumindest das hier jetzt erstmal ausbringen. Genau, Leute. Kämpft euch mal durch. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Die kommen einfach nicht ran. Okay, das macht aber nichts. Der kommt noch mit ran. Der kommt auch noch mit ran. Die löschen hier alle ganz brav. Ey, das klappt doch wunderbar. Guckt doch mal an. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. So, Moment. Der hat auch schon wieder einen eingeladen. Und einmal hier. So. Den können wir... Abtransportieren. Den können wir abtransportieren. Den können wir abtransportieren. Und der kann auch gleich mit. Rein in den Intensivstationswagen. Und hier kommt schon das nächste Opfer. Bis jetzt ist uns noch keiner verreckt. Ja, gleich, 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 gleich. So, mal gucken, ob wir das ausbringen. Mal gucken, ob wir das ausbringen. Ich bin gespannt. Das war jetzt sehr, sehr gut. Jawohl. Jawohl. Super. Das ist schon mal aus. Also, die Ecke hier dürfte safe sein. Das... Na gut, das muss man dann... Oh, hier ist auch noch einer. Was macht denn der Idiot hier? Boah, leck mich am Arsch. Was macht denn der? Wieso haben die den nicht mitgenommen? Boah, fuck. Jetzt aber ganz schnell. Evakuieren hier. Den ganz schnell abliefern. Einmal landen. Oh, 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 oh. Steht der hier rum, ey? Ich glaube, es hackt, Alter. Mann, 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 Mann. Oh, hier die Brände, ey. Die sind echt auch übel. Das geht ja gar nicht. Hier ist schon alles abgebrannt. Das Haus brauchen wir nicht mehr kühlen. Wir fahren jetzt hier hin. Okay, das brauchen wir jetzt auch. Denen müssen wir jetzt erst mal helfen hier. Ach, den können wir gar nicht holen? Na, ist ja geil. Da müssen wir... Warte, warte, Moment. Wir brauchen den Polizisten. Einmal hier einsteigen. Okay, jetzt ist das erst mal wieder ein bisschen safe. Das ist ja wohl der Hammer, ey. Das kann doch nicht sein, oder? Theoretisch müssten wir alle Leute gerettet haben. Der halt noch. So, theoretisch müssten wir alle Leute gerettet haben. Genau. Komm, fahr hier vor. Mach ein bisschen Action. Kommen wir hier hin? Oder hier hin? Dann kühlst du das Haus und dann passt das. So, Moment. Hier die Brände alle löschen. Wir könnten ja hier reinfahren mit dem Fahrzeug. Der kann hier auf jeden Fall ganz gut löschen. Landen, bitte. Danke. Löschflugzeug geladen. Einsatzbereit. Okay, dann hier oben einmal. Die Ecke. Den tun wir auch noch evakuieren. Wir sind für jeden da. So, zwei von acht. Hä? In Ordnung. Auf dem Weg. Hä? Der kann hier runterlaufen. Der kann hier runterfliegen. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Auf dem Weg. Das passt doch nicht. Da müssen irgendwo noch Leute sein. Hä? 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 Ja? Ja? Auf dem Weg. Ach so. Zwei von acht. Ja und sechs sind... Ja und sechs sind hier drin. Zwei hat man mit dem Hubschrauber ausgeflogen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wo ist unser Fahrzeug? Das löscht hier kräftig mit. Sehr gut. Oh, 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 oh. Das löscht hier kräftig mit. Oh, 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 oh. Okay, dann müssen wir erstmal jetzt hier umschrauben. Und ein ganz kurz Action machen. Nicht, dass uns das jetzt doch hier noch alles außer Kontrolle gerät. Das Haus ist nämlich auch nicht gekühlt. Und hier, das ist auch nicht gekühlt. Wo sind die Feuerwehrleute? Sie haben alle verletzten Opfer versorgt und abtransportiert. Jungs, euch brauche ich. Das war eine reife Leistung. Kommt her. Ach du Scheiße. Wie geht denn das? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Sofort löschen. Sofort löschen. Das wird gekühlt. Das wird gekühlt. Das wird gekühlt. Irgendwann hat das Haus noch Kühlung. Ich weiß es nicht. Sofort mitkommen. Sofort mitkommen. Nein, 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 nein. Mist. Haben wir noch Feuerwehrleute? Wir haben noch drei. Sofort hierher. Das Haus kühlen. Das löschen. Das löschen. Ey, ihr sollt das löschen, ihr Heini. Das Ding ist auch gegessen. Sofort löschen. Du, sofort hier rauskommen. Sofort hier rauskommen. Das Haus löschen. So, die löschen das schnell. Das Haus wird gerade auch gelöscht. Ne, das ist... Ah, es brennt gar nicht. Oh, Gott sei Dank. Es brennt gar nicht. Das Haus wird auch nicht gekühlt. Ey, was ist denn hier los, Leute? Was gibt's? Boah, das Haus brennt auch. So, wo ist jetzt, äh, wo ist der Leiterwagen? Wo ist der Leiterwagen? Wo ist jetzt der Leiterwagen? Sag mal, kommt der nicht mehr hier raus, oder was? Das wird gekühlt, das wird gekühlt, das wird gekühlt. Das brauchen wir gerade nicht. Hier steht auch noch einer rum. Hiermit löschen. So, genau. Komm hier raus. Okay, das wird gekühlt. So, jetzt aber ganz flinke Füße. Ganz flinke Füße. So, wir müssen das Haus hier löschen. Das löschen. Okay, Leiterwagen. Komm, der schafft's nicht hier raus. Ich glaub's nicht. Hat sich so verfitzelt. So, das löschen. Moment, das Haus ist aber auch gerade ganz schlecht. Das wird ja auch nicht gekühlt. Ich glaub, das ist abgebrannt. Nee, oder? Doch, ich glaube, das ist abgebrannt. Ach, so ein Mist. So ein Mist, so ein verdammter. So, Moment. Wir müssen jetzt mal irgendwie hier die Brände noch unter Kontrolle kriegen. Aber die haben wir gleich unter Kontrolle. So, mal lieber das noch mit löschen. Das kühlen. Das mit löschen. Okay, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein, oder? Ah, die Hütte ist, glaub ich, auch schon komplett abgebrannt. Ach, hier drüben brennt's auch. Ja, wir kommen, gehen durchgeführt. Kühlen. 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 Nee, nicht kühlen. Ja, das war's. Das war's, Lars. Ist abgebrannt. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Scheiße, 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 scheiße. Vor allen Dingen, wo? Wo gibt's verletzte Personen? Das Haus brennt. Leute, seht ihr das nicht? Och Mann, es hat auch so gut geklappt bis jetzt. Und jetzt, scheiße hier. Wo ist verletzte? Nein, wir verlieren hier gar keine Kontrolle. Bleib doch mal geschmeidig. Das passt ja alles. Das passt alles. Die werden alle gekühlt. So, komm, wir kühlen es sicherheitshalber einfach. Das auch noch. So, wo brennt's jetzt noch? Brennt jetzt hier noch irgendwas? Was? Nein, hier brennt nix mehr. Oh, hier die Leute sind verletzt. Das sind die, das sind die, das sind die, das sind die, das sind die. Ach, scheiße. So, kommt, kommt, kommt. Gas, Gas, Gas. Wo sind wir denn? Ja. Einmal da rein. Okay, das müssen wir jetzt eigentlich auch mal auskriegen. Ja, ist schon unterwegs. Ja, habe verstanden. Ja. Boah, wieso haben die jetzt keinen Schlauch? Ey, das glaube ich jetzt nicht. Du fährst jetzt hier rüber und löschst die Brände mit. Was geht, habe ich verstanden? Auf dem Weg. Was geht's? Okay, so. Das wir die jetzt erstmal schnell versorgen. Was geht's? Schon unterwegs. Okay, einmal das löschen. Hallo? Auf dem Weg. Verstanden. So, hier ist auch noch ein Feuerwehrmann und hier sind auch noch Feuerwehrleute. Okay, 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 okay. Alles ein bisschen außer Kontrolle. Ja, es sind doch reichlich große Brände. Das muss man hier einfach mal so sagen. Aber es sieht jetzt erstmal alles ganz nice aus. So, wir haben zwar Gebäude verloren, aber alles im grünen Bereich, meines Erachtens. So, okay. Die können wir alle abtransportieren. Den können wir auch abtransportieren. Was geht's? Die noch nicht. So. Ist nur noch die eine Frau, okay. Ist nur noch die eine Frau. Die können wir auch abtransportieren. Ja, ist ja spitze. Ja, 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 ja. Das war's. Das war's. Okay, Brände sind wahrscheinlich auch alle gelöscht. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Es sieht so aus. Ach, sagt bloß unser Auto. Das war unser Feuerwehrauto, was hier explodiert ist. Nee, war's nicht. Aber wo ist denn unser Feuerwehrauto? Ah, hier. Unser Löschfahrzeug. Das kann er mal jetzt noch schnell hier rausdüsen. Schon unterwegs. Okay, 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 okay. Mal hier trotzdem noch weiter kühlen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das alles schon so safe ist. Sie haben alle verletzten Opfer versorgt und abtransportiert. Das war eine reife Leistung. Ja, und jetzt gleich schon mal alle brechen. Achso, warte mal, das Löschflugzeug. Bam, 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 bam. Hier die zwei Bäume. So, hier brennen auch nur noch die drei Bäumchen. Genau, und zack. Und zack. Und zack. So, das ist auch raus. Ich glaube, das sind jetzt gerade die letzten Brände, die wir hier löschen. Ich glaube, das sind die letzten Brände. Das dürfte es echt gewesen sein. Das war's. Das war's. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir die Situation erfolgreich abgeschlossen haben. Ich wette, sie könnten sich noch verbessern. Ja, ich weiß. Ich wette die Auswertung ganz genau an. Dass dieses scheiß Feuer hier übergegriffen ist in die Innenstadt und das eine Haus abgebrannt ist in die anderen zwei Häuser. Das war leider nicht so toll. Mann, so ein Mist. Achso, ja, irgendwie, mal gucken, was jetzt noch kommt. Yippie. Ich glaube, das sind wir gemeint, oder? Sind wir das davon? Der Einsatzleiter. Haben wir es geschafft? Ja, Merchants Secret. Das war's gewesen. So, ich würde sagen, ja, schade, dass wir hier keine Medaille gekriegt haben. Aber ich spiele jetzt hier keine Mission noch mal. Ihr habt's jetzt alles gesehen. Ihr habt ja auch gesehen, was kann man besser machen. Mal schauen. Deluxe-Missionen haben wir noch. Das würde ich mal ganz gerne eigentlich noch spielen. Muss ich mal schauen. Bis jetzt ist die Merchants Secret ganz gut angekommen. Ich denke mal, die Deluxe-Missionen, das müssten drei Stück sein, wäre ich noch machen. Und dann werden wir das Let's Play hier auch beenden. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ja, lasst mir auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Aber bis dahin, euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem. Tschüss. Tschüss. Tschüss.